mein herzlich willkommen bei mir jetzt in einem neuen video unsererseits wir sind gerade in frankreich im los park sieht das logo so aus wir waren ja schon öfter wir waren schon zweimal hier und inzwischen gibt es die vierte achterbahn die wir noch nicht hier gefahren sind und ein weg wir saßen gerade drin und das ding ist uns um die ohren geflogen und was im sinne des wortes ich weiß nicht was wir drauf haben wir sind auf jeden fall nicht über den über den lift gekommen komplett und sind zurückgerollt das habe ich so auch noch nicht gehabt wir hatten uns seit beinahe von hinten gesetzt und von uns als ein ganz kleines mädchen das war's ja da gucken wir jetzt glaube ich erst mal rein in was für ein chaos gelandet sind ich weiß nicht inwieweit das hier drauf ist weil die gerade ausgegangen ist kann auch durch den schlag gewesen wir haben sie nicht den lift hoch geschafft und die rollback sicherung aber das kommt spät die kommt sehr spät das hat richtig gescheppert und der lifter versucht uns weiter hoch zu fahren die operatorin ist weil das kind davon in panik ist ist die operatorin durch die station laufen ist daneben getreten ist gerade auch voll auf die fresse geflogen ja schauen wir mal so eine so eine step sind das hier alles gut dass wir jetzt hier drin stehen wir sind alle im safety bereich so leute es war jetzt ein bisschen bild aber er hat jetzt er fummelt etwas unter der station die bremse er macht die hand die hand von bremse auf die bremse von hand auf wir sollen kurz warten er möchte tests machen dann können wir eventuell fahren deswegen haben wir unsere jetons noch wegen sie würden oder gucken aber ich sag mal so die rollback sicherung hinten entweder ist sie voll am arsch oder wenn die einmal so gegriffen hat muss man die wieder einhängen das weiß ich nicht ich weiß auch nicht was für hersteller es ist ich finde es auf jeden fall geil wie das alles auch aufgebaut ist also von klötchen über baumstümpfe bis zu plastikkisten wird hier alles genutzt um die bahn aufzubauen und abzustützen obwohl hier auch ein asphaltierter boden ist da wird es ja mit einem plädchen aus zu weit kommen nun ja das sind wir mal machen und gucken was passiert aber muss dazu sagen sie waren auf jeden fall sehr souverän sehr entspannt ich weiß nicht ob man leute so evapuiert wie man uns da evapuiert hat auf dem steilen lift aber es ist ja auch alles entspannt hier zusammen gemittelt und ja das sieht schlecht aus wie der kugel dazu die rollback sicherung hat funktioniert ich habe auch keine gefahren komplett zurück weil das hat sehr lange gedauert und dann hat sich der lift auch gedacht den zu gehen schon damit also diese durchgedrehte kette nicht mehr eingehakt ist bis wir da mal den not ausgetroffen hat hat auch moment gedauert kleine mädel was vorne allein sagt das ist voll in panik geraten mutter war dabei das ist schon so und hat zum glück als erstes gesagt es soll sitzen bleiben sitzen bleiben sitzen bleiben sitzen bleiben und das hat es auch gemacht ich weiß manche von euch sagt denken dass es nicht richtig sitzen zu bleiben bleiben aber das war glaube ich eine sehr gute entscheidung dann ist die trim brake war auch zu bei ja auf der not ausgedrückt war hätte man vielleicht vorher mal aufwachen sollen weil der zugestand allein ist er dann weiter gekommen und hat dann noch mal raus schicken und dann hat er von hand da luft drauf gegeben dass die bremse aufgeben dass sie dann einmal fahren konnte wir warten jetzt an mietchen oder guckmann das chef oder was auch mal kam gerade mit werkzeugkasten unterm arm und hat gesagt das gibt nix haben wir gesehen er hat noch mal steht ja robert sicherung ist irgendwie abgebrochen abgebrochen weiß ich nicht ob das so gedacht ist aber passiert ja sonst nicht testet nie einer würde ich noch mal drüber gucken aber wir haben jetzt anstandslos auch unser geld wieder bekommen also er meint er ist der fahrer die anderen sachen und nein haben wir schon dass wir sind dafür hier ja dann also wie kann man jetzt auch noch wenn einerseits muss mein geld wieder haben genau sein naja ansonsten dies aber ganz gut und wir haben eine kleine lustige geschichte mitgebracht ausfremdreich naja aber der park ist schon lustig hier das ist schon okay